Oh Gott, warum hab ich denn den jetzt nicht gesehen? Und damit wieder ein recht herzlichstes Willkommen hier zurück zu Need for Speed Unbound. Schön, dass du wieder eingestellt hab. Das freut mich sehr. Wir sind wieder am Start. Wie gesagt, ich bin schon zu dem Event jetzt gefahren hier. Wir sollen an den Panamera wieder zurückkommen. Offline durch hier gefahren. Da starten wir jetzt auch direkt rein. So, geht's los. Gucken, was wir machen müssen. Hängen die Cops ab, stecke wenig Schaden ein, also kein Schaden. Unbeschädigt. 40.000, okay. Ah, mit, 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 äh, ähm... Fangstelle sollte das kein Problem sein. Ich sag nie wieder was Schlechtes über dich. Wir haben hier den Streetracer am Steuer eines Porsche. Sonderwagen ist bereit. Alle Einheiten. Zielfahrzeug bei Belmont Lake gemeldet. Undercover ist hier. Das ist gleich vorbei. Fahren wir erstmal grob in die Richtung. Und dann nehmen wir wieder einmal Cops abhängen. Abhängen. Sonderwagen ist erledigt. Ei, 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 ei. Oh nein. Boah, wo setzt du mich denn zurück? Aufhalten. Du siehst mich vielleicht nicht mehr. Alle Einheiten. Subjekt fließt Richtung Rose Hill Drive. Da kommt noch ne Tankstelle. Die nehmen wir am besten gleich mit. Durchsucht das Gebiet nach dem Punk. Mh, zurück. Wir haben versagt, Leute. Der wär auch noch ne Tankstelle gewesen. Oh, da kommt der nächste Korb. Nein. Ei, 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 ei. Schnell gibts ab, 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 geben. Ab, 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 geben. Ah. Okay. 40.000. Nett. Danke. Alles klar. Na dann. Auf den Kopf habe ich gerade schon wieder gar nicht gesehen. Äh, sind wir uns gleich beim nächsten Event wieder warm. Ich hab jetzt einfach mal das nächstmögliche gewählt. Obwohl, ich schau mal lieber nach. Nachher ist das wieder irgendein, worauf ich keinen Bock habe. Also was uns kein Geld bringt. S Plus, der hat doch passt. Machen wir. Sind wir uns da gleich wieder. Ja. Okay. So. Was hatten wir jetzt hier? Äh, S Plus hatten wir. Genau. Dann bin ich ja mal wieder gespannt. Ach komm. Wir haben die Kohle. Ich hau maximale Wetter raus. Ich hoffe wir schaffen's. Ich lasse mich mal nach vorne. Lass mich mal nach vorne. Okay. Du kannst das. Und wir haben was neues Geld. Ich hab's. Ganz übertreiben. Sie aber. Verfolgen das Zielfahrzeug. Wir verfolgen das Zielfahrzeug. Okay. Auf Sie. Da waren parkende Autos. Cool. Diese Idioten fahren mit vollem Karacho ineinander. Ja, da was die da vorne schon wieder an Gas gibt, ne? Zentrale, sie sind vorerst raus. Sonderwagen, verfolgt Zielpersonenzentrale. Better buckle up. Wow, last up. Okay, wir sind vorne. Okay. Oh Gott, warum habe ich den jetzt nicht gesehen? Gerade noch so, wa? 50.000, Alter, mal weiter, Mann. Was? Ja, jetzt schmeißen wir das Geld aber wirklich hinterher. Okay, next. Wir sind da oben. Was haben wir hier? Nee, das lohnte sich nicht. Das auch nicht. Und hier auch nicht mehr, oder? So 4.000, nee. Nee, 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 nee. Nee, hier haben wir ein bisschen was. Drift Event in A+. Machen wir. Na dann, sehen wir uns da gleich. Wenn ich angekommen bin. Und angekommen. So, Drift Event in A+, mit dem Evo natürlich. Aber was anderes haben wir ja nicht wirklich. Also ja, schon. Aber die sind nicht ausgebaut auf Anticop und so. Das ist mir einfach zu risky. 2,5 Stern. Also, Fahndungsstufe 5. Aber der Evo sollte das eigentlich hinkriegen. Na, die Strecke haben wir auch schon ein paar Mal gehabt. 70.000 muss man schlagen. Kein Ding. Untertitelung des ZDF, 2020 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 wohl kaum Eieiei schon wieder der gleiche Fehler fast Es ist vorbei, er ist verloren 16.750 Vielen Dank dafür So, dann müssten wir eigentlich auch gleich in der Nähe sein vom nächsten, ne? Ja. Ja, mehr oder weniger S, also 6000 Hier haben wir nochmal ein S, okay Dann fahren wir da noch schnell hin Hoffentlich ohne Pops Lasst mich bitte in Ruhe, danke Dann machen wir gleich das nächste, nehm ich euch mal schnell mit Da sind wir ja schon hu, oder? Oh, da kommt der nächste purposes hu 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 Okay So, Schnellreise. NS mit dem Porsche. Gegen Medusa. Safety first. Ja, die Strecke sind wir auch schon zigmal gefahren. Wir sehen die Tierperson. Wir nehmen die Verfolgung auf. Da kommt Lyric wieder. Lyric. Der hängt mir an der Stoßstange, ey. Die Stoßstange. Die Stoßstange ist eine Leutigung, das hier ist ein Stoßstange. Nach dem die Stoßstange unterhalb des Läcks ist ein Ziel. Nur sehen wir eine große Anmeldung. Ich werde auf keinen Fall verlieren. Alle Einheiten, wir sind drei Lippetspielen. Letzte Runde. Ach, drei fahren wir, okay. Oh, Lyric hat's rausgehauen. Ach, dann war's das. Dann ist das jetzt der Sieg. Ich sehe das hier nicht. Wo ist das, der Zeit? Eieieieiei, das war knapp. Alter. Mit 300 durchs Ziel. Für 7000, so eine Anstrengung. Steht alles nicht mehr im Verhältnis. So, schaffen wir noch eins. Wo sind wir? Ja komm, das Ess-Event machen wir heute noch. Gut, dann sind wir uns da gleich. Dann ist es das letzte Rennen für heute. Da sind wir auch schon. Letztes Rennen für heute S. Nochmal mit dem Porsche. Nochmal gegen Medusa. Geben mich verlieren die meisten. Was machst du denn? Gewöhn dich nicht rein. Na ja, nicht wirklich. Das macht's nerviger. Ja. An alle Einheiten, ich habe das Ziel verloren. Wo sind die denn alle? Jetzt ist es wieder so einfach, ne? Leid. Ich habe das Ziel verloren. Ich habe das Ziel wieder verloren. Pico war nicht ganz so gut. Sonderwagen nimmt Verfolgung auf Zentrale. 24.100. Kann man jetzt auf den Tachau eigentlich? 251.000. Ah, ey. Okay. Okay. Na gut, meine lieben Freunde. Dann würde ich sagen, fahre ich auch gleich wieder zum nächsten Event. Und ich mache jetzt erstmal eine Pause. Damit bleibt mir erstmal wieder nichts weiter zu sagen als recht herzlichsten Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wenn ihr denn wollt, sehen wir uns im nächsten Part von Need for Speed Unbound oder einem anderen Video wieder. Ja. Vielen Dank. Hau da rein. Team, sie sind entwischt. Alle Wagen nach Lake Virgil. Zielperson entwischt. Sucht nach dem Arschloch. Tschüss und oft. Wie bleibt? Vielen Dank.